Taxi 7676, ein guter Ruf für alle Fälle. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Also wir sind heute hier bei einem Eröffnungskonzert der Schlossplatzmusik in Schwitzingen. Das ist ein Projekt der Jazz-Initiative, wo auch Musik wie heute wir gemacht haben, die kein Jazz ist, stattfindet. Da machen Ensembles unplugged Musik, also Gitarren oder Saxophonen oder Posaunen, was es so gibt. Ich habe jetzt einen kleinen Bassverstärker mit Batterie dabei gehabt, aber auf jeden Fall, wir brauchen keine Steckdose. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal hierfür. Und wir hoffen, dass auch die nächsten Male wieder viele Menschen kommen. Es war heute ein bisschen schwierig auf dem Schlossplatz, weil überall Public Viewing war. Aber wir haben hier einen wunderschönen Platz gefunden, jetzt hier vor der Gelaterie, oder hinter der Gelaterie, wenn man so will. Oder zwischen den beiden Eiscafés, wo sehr viele nette Menschen waren, die auch gerne zugehört haben und denen es auch sehr viel Spaß gemacht hat. So wie uns auch. In diesem Sommer wird es noch ein paar Acts geben, zum Beispiel ein Posaunenquartett mit dem Namen Happy Jericho. La Sala Saxophonquartett. Sax Paragos, das ist das Saxophonenensemble der Stadtkapelle. Das Sonderblaskommando mit dem Tobias Nessel aus Brühl. Und Brass Walk, ein Blazerquartett. Und dann kommt auch nochmal Art Giesholf mit Klavier, Saxophon und Akkordeon. Musik Musik Mediven Kompressionsstrümpfe Ab jetzt in Ihrem Sanitätshaus Rama